Herzlich willkommen zu weiteren Tesla-News. Wir haben heute mal wieder viele spannende Themen, unter anderem nämlich dabei eine neue Model Y-Konfiguration, Tesla baut Stellen ab und Neues zum Model 3 Ludacris. Und wir starten als erstes heute mit dem neuen Model Y. Leider muss ich dazu sagen, kam diese Konfiguration genau an dem Morgen raus, wo meine letzte News-Ausgabe online gegangen ist. Deswegen ist es leider schon ein paar Tage wieder her. Ich möchte aber natürlich trotzdem mit euch darüber einmal schnell sprechen. Wenn wir nämlich jetzt hier einmal in den Tesla-Konfigurator reinschauen, sehen wir hier eine kleine Änderung. Nicht nur, dass es jetzt generell hier auf der rechten Seite etwas anders aussieht. Nein, es kam auch eine vierte neue Model Y-Konfiguration dazu. Die ganze Zeit gab es ja nur Heckantrieb, Long Range mit Allradantrieb und das Performance Model Y. Und jetzt neu dazu gekommen, eine neue Long Range Variante mit Heckantrieb. Also der Motor vorne fehlt sozusagen, trotzdem aber die große Batterie, aber nur Heckantrieb wie eben das Standard Range oder das eben nur mit Hinterradantrieb. Dadurch ist das Fahrzeug einen Ticken effizienter geworden, weil der Motor vorne eben fehlt. Heißt, wir haben jetzt hier das Fahrzeug mit der größten Reichweite und zwar WLTP gemessen 600 Kilometer. Zusätzlich ist auch die Beschleunigung um eine Sekunde im Vergleich zum Heckantrieb schneller geworden. Also hier haben wir 6,9 Sekunden und hier haben wir 5,9 Sekunden. Warum ist das jetzt so? Das Model Y Standard Range, also Heckantrieb, ist batterielimitiert. Dadurch, dass der Batteriepack dort kleiner ist, kann der eben nicht mehr Strom dem Motor zur Verfügung stellen, hat entsprechend eine Beschleunigung von 6,9 Sekunden. Während das neue Model Y, also Long Range mit Heckantrieb, durch den größeren Batteriepack auch mehr Strom zur Verfügung stellen kann, haben wir hier jetzt eben als limitierenden Faktor den Motor und nicht mehr den Batteriepack, der eben einfach nicht mehr leisten kann, aber dennoch eben eine Beschleunigung von 5,9 Sekunden, also eine Sekunde schneller. Ansonsten aber die Höchstgeschwindigkeit, auch hier 217 kmh, also dieselbe wie bei Model Y mit Hinterradantrieb. Dann kommen wir als nächstes zum Preis und zwar kostet dieses Fahrzeug jetzt 48.990 Euro, also ein Aufpreis von nur in Anführungszeichen 4.000 Euro für das Fahrzeug mit eben der größtmöglichen Reichweite. Dann haben wir das nächste Model Y, also auch Long Range mit Allradantrieb dann. 54.990 Euro ist also 2.000 Euro teurer geworden. Und dann noch das Performance Model Y ist um 1.000 Euro teurer geworden, also 59.990 Euro. Ansonsten, dieser Batteriepack hier im neuen Model Y ist derselbe wie auch im alten Long Range sozusagen, oder in dem Long Range mit Allradantrieb, um es besser auszudrücken. Es fehlt halt nur eben der Motor an der Vorderachse. Wir haben also auch hier einen NMC-Akku und keinen LFP-Akku. Ich persönlich muss sagen, ich finde diese Einführung dieses Model Y ist eine sehr gute Idee, denn ich weiß, dass Tesla gerade beim Model Y sehr viele Standard Range Fahrzeuge verkauft und auch ich bin ein sehr großer Freund der Standard Range Fahrzeuge, weil ich immer dazu sage, die reichen eigentlich für 90, wenn nicht sogar 95 Prozent der Leute vollkommen aus. Wenn die Leute sich aber eine Sache gewünscht haben, sage ich mal, oder wünschen durften, dann war es nicht unbedingt mehr Performance, also mehr Beschleunigung oder ein Allradantrieb, sondern an erster Stelle eben mehr Reichweite. Und die ganze Zeit wurde man ja in Anführungszeichen gezwungen, für 8.000 Euro mehr dieses Model Y zu nehmen, hatte aber dann direkt auch noch den Motor an der Vorderachse, entsprechend also Allradantrieb. Und ich glaube, dass sehr viele Leute das gar nicht brauchen. Entsprechend können die sich jetzt sozusagen ein bisschen Geld sparen, haben aber trotzdem in dem Fall hier den Model Y mit einer größeren Reichweite. Ansonsten möchte ich auch noch dazu sagen, beim Model 3 letztes Jahr war das Ganze ähnlich. Es gab hier nur das Standard Range mit Heckantrieb und dann Long Range mit Allradantrieb. Und dann hat Tesla aber nur für Geschäftskunden ein Long Range Heckantrieb Fahrzeug rausgebracht, was man eben im normalen Konfigurator gar nicht bestellen konnte. Man hat nur ab und zu mal eins im verfügbaren Bestand gefunden. Ansonsten, wie gesagt, nur für Geschäftskunden über den Tesla Ansprechpartner zu bestellen. Und da hatten ja einige Leute gemeint, dass Tesla das beim Model Y jetzt auch macht, weil sie eben alte Teile, also Motoren und auch Battery Packs, loswerden wollen, weil vielleicht bald ein Refresh ansteht. Wie und warum Tesla das hier ganz genau gemacht hat, kann ich nicht sagen. Ich finde es aber definitiv eine gute weitere Option, das Ganze hier eben ein bisschen günstiger zu bekommen, aber trotzdem mehr Reichweite im Vergleich eben zum Long Range mit Allradantrieb. Und ansonsten, wie man auch sehen kann, hat Tesla in dem Fall auch hier den Konfiguratoren ein bisschen angepasst. Auch für die anderen Fahrzeuge hat man hier jetzt eben nicht nur Hinterradantrieb in den Kacheln hier rechts drin stehen, sondern direkt auch noch ein paar Daten, um die Fahrzeuge besser vergleichen zu können, was ich in der Tat eine sehr gute Änderung finde. Dann machen wir als nächstes mit dem Model S Plaid weiter. Denn das hat Tesla ein klein wenig geupgradet. Um genau zu sein, hat das Model S Plaid neue Performance- oder Sportsitze bekommen. Tesla hat dazu auch dieses kleine Video hier hochgeladen und der ein oder andere, der meine Videos schon ein bisschen länger schaut, sage ich mal, der müsste diese Sitze durchaus schon kennen. Denn die sehen ziemlich ähnlich aus wie die Sportsitze, die das Model 3 Ludacris bekommen soll. Könnte also sein, dass Tesla hier ähnliche oder vielleicht sogar denselben Sitz dann auch in das neue Model 3 Performance sozusagen einbaut, wo Tesla sich dann natürlich auch wieder Kosten spart, dass sie eben diesen Sitz nicht nur fürs Model 3 entwickelt haben, sondern in dem Fall hier auch ins Model S reingepackt haben. Die Sitze sind natürlich, wie hier steht, beheizt bzw. belüftet. Sie haben einfach jetzt ein bisschen mehr Seitenhalt. Ansonsten aber auch in den drei bisherigen Farben genauso wieder verfügbar, also schwarz, weiß und creme entsprechend beim Model S Plaid. Ich gehe davon aus, beim Model 3 Ludacris haben wir dann wieder nur zwei Farben, schwarz und weiß. Ich muss sagen, ich finde sie aber ziemlich cool, also sie sehen echt gut aus. Schreibt mir gerne auch mal eure Meinung zu den Sitzen unten in die Kommentare. Ich gehe aber auf jeden Fall davon aus, dass wir diese Sitze, wenn nicht sogar dieselben Sitze, aber zumindest so ähnlich dann im Model 3 Ludacris erwarten können. Ansonsten haben sich natürlich auch einige Leute gefragt, ob man diese Sitze nachträglich einbauen kann in Model S Plaid-Fahrzeuge, die bereits schon existieren. Tesla hat darauf geantwortet, ja, mehr Details kommen die nächsten Tage oder zumindest bald. Entsprechend das also auch eine gute Nachricht, dass, wie gesagt, Leute, die schon ein Model S Plaid fahren und die neuen Sitze möchten, die sich entsprechend retrofitten können. Dann machen wir als nächstes mit dem Model 3 Ludacris weiter, denn es ist in der Tat ein Videoausschnitt aufgetaucht, wie man hier lesen kann im französischen Fernsehen von eben diesem Model 3 Ludacris Press Event. Darüber hatte ich ja auch vor einiger Zeit schon berichtet, das müsste das in Malibu gewesen sein. Hier sieht man das Model 3, wie es eben drin steht, noch abgedeckt ist. Man hat ja nachträglich, oder nach diesem Event besser gesagt, Bilder gesehen, wie das Model 3 auch abgedeckt draußen im Parkplatz rumstand. Jetzt sind hier schon die ersten Videoschnipsel, sage ich mal, davon aufgetaucht. Es könnte also, sage ich zwar jedes Video, aber nicht mehr lang dauern, zumindest eben von diesen ganzen Hinweisen, die wir hier fast täglich mittlerweile reinbekommen, bis das Model 3 Ludacris dann auf den Markt kommt. Ich meine, am Anfang hat es geheißen, erstes Halbjahr 2024, paar Monate sind noch hin, gar keine Frage. Aber wie gesagt, anhand dieser ganzen Informationen, die jetzt immer mehr und mehr und mehr ans Licht kommen, hoffe ich, dass es nicht mehr so lange dauert. Denn hier haben wir auch noch weitere Informationen dazu. Hier unter anderem nochmal die Bestätigung der Active Suspension, beziehungsweise des adaptiven Fahrwerks, oder besser gesagt der adaptiven Dämpfer, über die ich ja auch schon vor einiger Zeit berichtet hatte. Aber das Ganze jetzt hier auch im Quellcode nochmal aufgetaucht. Ebenso haben wir noch weitere Infos zum Model 3 Ludacris, um genau zu sein, hier zur Bremsanlage. Hier hat sich Tesla wohl eine neue Bremsanlage, wie ich das hier richtig sehe, zertifizieren lassen. Heißt, das Model 3 Ludacris bekommt definitiv neue Bremsen im Vergleich eben zum alten Performance. Was ich ehrlich gesagt sehr gut finde und auch hoffe, dass es hier gute Bremsen sind. Denn wie wir wissen aus der Vergangenheit, ich will nicht sagen, bei den Bremsen hat Tesla immer ein kleines bisschen gespart. Aber die hätten durchaus besser sein können, gerade eben in den Fahrzeugen, die auch ein bisschen mehr PS unter der Haube haben. Deswegen hier auf jeden Fall schön zu sehen, dass wir eine neue Bremsanlage bekommen. Müssen wir nur noch hoffen, dass die entsprechend auch besser wird als die alte. Oder zumindest auch besser als die in den Plaid-Fahrzeugen. Denn im Verhältnis zu den PS ist die Bremsanlage dort ja, ich will nicht sagen Müll, aber nicht sehr gut. Naja, machen wir weiter mit dem nächsten Thema, denn es gab ein kleines Supercharger-Update. Es hatten zwar einige Leute gemeint, das gab es jetzt schon seit einigen Wochen. Ich habe es aber am Wochenende das erste Mal bei mir im Fahrzeug gesehen. Und zwar haben wir jetzt auch hier bei uns in Deutschland die Anzeige, wie viele Fahrzeuge einen Supercharger-Standort gerade anfahren. In den USA gibt es dieses Feature schon seit einigen Wochen. Ich hatte auch damals darüber berichtet und war eigentlich der Meinung, dass wir sowas bei uns in Europa erstmal nicht sehen werden aus Datenschutzgründen. Aber nein, Tesla hat das Ganze eingeführt. Und wenn ich eigentlich mal so drüber nachdenke, es läuft ja zu 100% anonymisiert ab. Also schauen wir mal, ob wir das Feature in Zukunft behalten werden. Ich finde es auf jeden Fall super interessant zu sehen, auch wenn das Tesla-Netzwerk, sage ich mal, das die ganze Zeit sowieso schon wusste und entsprechend auch in die Routenplanung mit einberechnet hat, wie eben die Supercharger-Belegung aussieht in beispielsweise zwei oder drei Stunden, wenn du dort ankommst. Aber wie gesagt, ich finde es immer cool, wenn der Fahrer Selbstinformationen auch einsehen kann, auch wenn das Tesla-Netzwerk bis die ganze Zeit, wie gesagt, schon wusste. Dann wollen wir als nächstes einen schnellen Blick auf das nächste Tesla-Software-Update werfen. Bisher wurde es noch nicht released. Tesla hat das Ganze aber hier auf X schon angekündigt und zwar das Spring-Release, also sozusagen das Frühlings-Update mit mal wieder ziemlich vielen krassen neuen Features. Aber ich würde sagen, wir starten als erstes ganz oben und zwar gibt es ein Visual-Update für Model 3 und Model Y-Fahrzeuge mit dem AMD-Chip. Und zwar wird das Ganze jetzt so aussehen, wenn das Fahrzeug dann in Parkstellung ist. Also eine größere Ansicht eben des Fahrzeugs mit der Map jetzt hier klein oben in der Ecke, ähnlich also wie beim Cybertruck. Dazu bekommen wir jetzt hier unten aber größere Controls, einmal für entsprechend die Musik beispielsweise, also die Medien, die wiedergegeben werden. Und auch hier haben wir eine wunderschöne Anzeige, automatisch, sobald wir ins Auto einsteigen, der Tesla ja die Routen-Navigation startet, beispielsweise anhand von den Terminen im Kalender. Dann sehen wir das Ganze jetzt hier unten sehr schön einmal displayed. Ich hoffe, dass dieser Pfeil oder diese Anzeige auch da ist, wenn wir fahren. Denn hier kann man sehr gut sehen, wenn dieser Pfeil dann wandert, wie weit wir gerade auf der Route sind. Haben wir die Hälfte, haben wir zwei Drittel, etc., etc. Also diese Übersicht gefällt mir extrem gut, muss ich sagen. Auch mit diesem Glow hier hinter dem Fahrzeug, sehr wahrscheinlich dann äquivalent zur eingestellten Farbe, sieht sehr gut aus. Entsprechend hier könnt ihr euch gerne auch noch selbst durchlesen, die Infos dazu. Ich möchte hier nicht auf jeden Punkt wirklich eingehen, weil es verdammt viel ist. Ansonsten gibt es Autoshift Beta für Model S und Model X Fahrzeuge ab dem Jahr 2021 und später. Dann haben wir eine neue native App, die auf den Tesla kommt und zwar Audible. Für alle Leute, die also dort Hörspiele oder auch Hörbücher hören, haben das also jetzt dann direkt auf dem Tesla. Ebenso gibt es auch ein Update für die Spotify-App. Und zwar haben wir jetzt hier die Möglichkeit, einmal Songs in die Warteschlange zu packen. Ehrlich gesagt ein Feature, was mir die ganze Zeit fehlt. Und wir können jetzt auch noch den Playback-Speed einstellen, wenn wir also beispielsweise Podcasts hören und die eben in 1,5 oder 1,25-facher Geschwindigkeit hören möchten. Ansonsten Hands-Free Trunk für Model S und Model X ab dem Jahr 2021 und später. Und auch das Upgraded Model 3, also das Model 3 Highland. Was es genau heißt, stand still behind your trunk with phone key and the trunk will open itself. Das bedeutet, wir müssen also nicht mehr mit der Hand auf den Knopf drücken, sondern sobald wir wahrscheinlich dann ein paar Sekunden in einer unveränderten Reichweite sozusagen vom Fahrzeug direkt hinten dran stehen, wird der Kofferraum sich automatisch öffnen. Bin ich gespannt, wie gut das Ganze funktioniert, wenn man nur hinter dem Fahrzeug beispielsweise steht und mit jemandem spricht oder so und dann die ganze Zeit der Kofferraum automatisch auf und zu geht. Weil klar, der Tesla hat natürlich keinen Sensor unten verbaut, wie andere Fahrzeuge das machen, wo man beispielsweise einfach den Fuß gegenhalten kann. Schauen wir mal also, wie gut das funktioniert. Dann gibt es ein Update für den Sentry Mode und zwar bekommt man jetzt, wenn der ausgelöst hat, direkt ein Videoclip in der Notification mitgeschickt. Also die Notification gab es ja die ganze Zeit schon und jetzt, wie gesagt, noch inklusive dem kleinen Videoclip ein paar Sekunden außenrum eben um die Zeit, wo der Sentry Mode ausgelöst hat. Ansonsten haben wir Increased Regenerative Braking on Highway, auch für Model S und Model X Refresh, also ab dem Jahr 2021 und später. Und das war immer noch nicht alles, denn die Passagiere, die hinten sitzen, haben jetzt die Möglichkeit, auf dem Bildschirm hinten auch ein paar Trip-Infos zu sehen. Was ich ehrlich gesagt ziemlich geil finde, schaue ich mir auch immer im Flugzeug an, wenn ich unterwegs bin. Da sieht man immer, wo man eben auf der Strecke gerade ist, Ankunftszeit etc. Finde ich also cool, dass das die Passagiere hinten jetzt auch selbst auf dem Screen sich anzeigen lassen können und das sind mal wieder verdammt viele coole neue Features. Ich dachte die letzte Zeit schon so ein kleines bisschen, ich will nicht sagen, es ist ausgereizt, aber wenn ich jetzt so zurückdenke an vor zwei, drei Jahren vielleicht, da kamen mehr krassere neue Features, sage ich mal, als jetzt so die letzten 1, 1,5 Jahre, in denen ich meinen Tesla besitze. Aber auf dieses Update, muss ich sagen, freue ich mich mal wieder ziemlich krass. Und vor allem, das ist kein Holiday Update. Denn für das Holiday Update, was ja am Ende des Jahres kommt, da muss ich ganz ehrlich sagen, erwartet man ja mittlerweile schon relativ viel. Aber das Ganze jetzt hier einfach mal im Frühling jetzt schon mit so vielen neuen Features zu bekommen, finde ich ziemlich cool und auf diese Ansicht freue ich mich ehrlich gesagt am meisten, denn das sieht wirklich echt geil aus. Dann machen wir als nächstes leider mit einem nicht so schönen Thema weiter, denn es hat sich gestern in den Medien ein Thema breit gemacht, in dem es gehießen hat, dass Tesla wohl einige Stellen streichen möchte. Über 10.000 meines Wissens nach und so wie in dem Fall hier geschrieben wird, wird natürlich dieser Jobabbau auch vor der Giga Berlin nicht Halt machen. Man hat wohl irgendwo die Zahl 3.000 Jobs gelesen, die in der Giga Berlin gecancelt werden sollen. Hier steht jetzt aber, 3.000 Jobs werden es auf keinen Fall. Dennoch muss man aber sagen, ist es natürlich immer schade, wenn ein Fahrzeughersteller Jobs, oder nicht nur Fahrzeughersteller, jede Firma Jobs abbauen muss, sage ich jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen. Klar, es ist jetzt an sich nichts Neues. Viele Autohersteller, auch Deutsche, haben in der Vergangenheit immer mal wieder Jobs und Stellen abgebaut. Dennoch ist es hier bei Tesla natürlich sehr schade zu hören, gerade auch eben für die Leute, die entsprechend hierdurch ihren Job verlieren. Warum Tesla das Ganze macht, kommen wir gleich nochmal im Video dazu. Hier haben wir erstmal noch das Profil von Drew Beglino, also der Senior Vice President of Powertrain and Energy bei Tesla. Und wie ihr vielleicht schon sehen könnt, das Tesla-Logo hinter seinem Namen ist verschwunden. Und er hat entsprechend auch hier unten schon etwas dazu geschrieben. Denn auch er verlässt Tesla. Und in dem Zuge auch noch Rohan, also Tesla Policy and BizDev, also Business Development. Auch er hat nicht mehr das Tesla-Logo hinter seinem Namen und verlässt entsprechend Tesla. Man weiß nicht genau, ob die beiden hier, ich sag mal, auf eigene Faust gegangen sind oder das entsprechend eine Folge ist von dem Stellenabbau. Beide haben sich aber entsprechend positiv zu Tesla geäußert. Und ich meine, auf diesen Tweet hier hat sogar, ja, hier Elon Musk geantwortet und hat sich entsprechend nochmal bedankt. Aber apropos Elon Musk, denn hier in einem weiteren Tweet hat er unter anderem, ich sag mal, Stellung dazu bezogen, warum Tesla Stellen abbaut. Und zwar schreibt er, dass ungefähr alle fünf Jahre die Firma Tesla sich neu organisiert und ich sag mal, das Ganze wieder ein bisschen gerade zieht, um die nächste Phase der Growth, wie hier geschrieben wird, also des Wachstums anzustreben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Es ist halt irgendwie recht positiv ausgedrückt, warum Tesla hier Stellen abbaut, um eben sich neu zu strukturieren und alles ein bisschen gerade zu ziehen, um dann eben mit einer guten Vorlage, sag ich mal, die nächste Phase eben des Wachstums anzustreben. Ob es wirklich daran liegt, weiß man nicht. Ich persönlich würde sogar sagen, nein, denn ich erinnere nur an die letzten Quartalszahlen, also des ersten Quartals 2024, wo wir gesehen haben, dass Tesla knapp 40.000 Fahrzeuge mehr produziert hat, als Tesla verkaufen konnte. Entsprechend könnte das also ein kleiner Vorgeschmack darauf sein, dass vielleicht die ganzen E-Auto-Verkaufszahlen in den nächsten Monaten, Jahren ein bisschen runtergehen werden. Es ist definitiv nichts, was ich mir wünsche und ich möchte das Ganze hier mit sehr, sehr großer Vorsicht ausdrücken und an euch bringen. Wie gesagt, es ist zwar hier positiv ausgedrückt, ich freue mich, wenn es wirklich nur deswegen ist sozusagen und Tesla sich neu organisiert, alles gerade zieht und dann in den nächsten zwei, drei Jahren einen krassen Sprung wieder hinlegt. Ich könnte aber mir vorstellen, dass es eben anhand der Quartalszahlen, wenn man sich die anschaut, auch andere Hintergründe hat. Wie gesagt, nichts, was ich mir wünsche. Ich mag Tesla, ich supporte Tesla und hoffe auf jeden Fall, dass es hier immer weiter nach oben geht. Aber klar, bei keiner Firma geht es immer nur nach oben. Also ich behalte das Thema auf jeden Fall für euch im Auge und schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ihr könnt mir natürlich auch da sehr gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare schreiben. Denkt ihr, es ist eher so, wie Elon Musk meint? Oder liegt es vielleicht doch daran, dass die Verkaufszahlen, ich will nicht sagen, ein klein wenig eingebrochen sind, aber man eben hier sehen kann, dass Tesla nicht mehr so viel verkauft hat, wie sie entsprechend produzieren konnten. Ich denke, gerade die Zahlen jetzt des nächsten Quartals, also des Q2 2024, werden das zeigen, aber da müssen wir noch knapp zweieinhalb Monate warten. Dann machen wir als nächstes kurz nochmal mit der Supercharger-Entwicklung weiter hier in Deutschland, denn hier geht es zumindest aktuell nur nach oben. Und wie wir sehen können, Tesla hat die 200 Supercharger-Standorte hier in Deutschland geknackt. Ich habe das Ganze selbst nachgezählt auf der Karte. Ansonsten sind immer noch 72 Standorte geplant. Das heißt, auch hier sind immer weiter und weiter die letzten Wochen neue hinzugekommen und entsprechend das Ganze an den 13.200 Autobahnkilometer gemessen. Durchschnittlich jetzt nur noch 66 Kilometer zwischen zwei Supercharger-Standorten. Und man sieht hier wirklich sehr schön die Entwicklung. Jetzt knapp über zwei Jahre seit ich das Ganze schon track. Wir waren hier bei ungefähr 115 Standorte und jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre später bei 200 Standorten. Heißt, ich würde mal sagen, ungefähr in zweieinhalb Jahren von eben hier Ende Februar 2022 kann Tesla ihre Supercharger-Standorte hier in Deutschland ungefähr verdoppeln. Ich muss sagen, das ist schon wirklich gewaltig und auch heute schon keine Probleme mehr mit dem Tesla, also generell auch dem Elektroauto, größere Fahrten, Urlaubsfahrten etc. etc. zu bewältigen. Aber trotzdem, wir brauchen die Zukunft, wenn wirklich die Elektroautos immer weiter und weiter steigen, die Zulassungszahlen und das die Zukunft ist, wovon ich persönlich ganz ehrlich gesprochen ausgehe, ja, dann werden wir auf jeden Fall noch viel mehr Ladestationen, nicht nur von Tesla, sondern natürlich auch von vielen anderen Anbietern brauchen. Aber man sieht hier auf jeden Fall, die Entwicklung geht sehr gut voran. Und dann war es das für heute auch schon wieder. Ihr seht schon, mein rotes Licht hier im Hintergrund ist auch schon ausgegangen. Deswegen würde ich sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, könnt ihr euch sehr gerne einmal hier drüben noch mein letztes Video anschauen. Für den YouTube-Algorithmus einen Daumen nach oben dalassen und falls ihr den Kanal auch schon abonniert habt, dann sehen wir uns, wie gesagt, in wenigen Tagen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, mach's gut, ciao! Ciao!